Hi Freunde! Willkommen zurück bei Neverwinter! Ich glaube, ich habe jetzt herausgefunden, was das Geruckell hat. Weil jetzt sieht es eigentlich gut aus. Ja, sieht gut aus. Und zwar war das Problem, dass ich ein Programm im Hintergrund laufen hatte. So einfach war das. Muss ich die da killen? Heiliges Gegenmittel zum Reinigern des Brunnes einsetzen? Nein, muss ich nicht. Unheiliges Gift sammeln? Das vielleicht. Eures oder meins? Ja, die muss ich killen. So, gut. Ach ja, ist der voll. Gucken wir mal. Identifizieren. Identifizieren. Das auch. Und das. Was gibt es da unten noch? Eieieieiei. Kann ich da was brauchen? Nö. Sieht nicht so aus. Das da vielleicht. Nö. 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 Nein, nein, nein. Nein. Das vielleicht. Ähh, ja. Ich zieh. Und zwar... Rechts oder links? Linke Hand, rechte Hand. Und... Und dann gibt's halt weniger. Und dann gibt's halt weniger. Oder Lebensentzug. Was soll's denn? Also linke Hand. Rücken links. Okay. Ging schon das Verwaltungs-Dings da. Unbeschädigt. Entfernen. Entfernen. Das Inventar... Ja. Naja. Ja, das ist nur 40 wert. Entfernen. Entsorgen. Entfernen. Entfernen. Fertig. Okay. Da macht mir's dann rein wieder. Äh, was war das? Angriffsplatz. Kraft und Erholung. Kritt. Richtungshochdringung. Kraft und Erholung. Das ist auch gut. Zaubern. Okay. Sonst noch was? Nein. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Okay. Und das wieder... Entfernen. Entfernen. Fertig. Und... Da wieder was rein. Angriffsplatz. Dann mach ich doch gleich da auch doch so ein Ding rein. Da. Vierer. Zaubern. Okay. Soll ich das gleich noch veredeln? Bisschen mein... mein Zeug da weg machen. Peridot. Aquamarine. Makelloser. 4100. Dings da zu viel. Hm. Dann eben nicht. Dann lassen wir's erstmal. Obwohl ich hab ja genug von denen. Ach komm. Machen wir's. Wo war das jetzt? Hier. Gegenstandsverwalt... Verzauberungen. Veredeln. Mh... Makelloser. Veredeln. Jetzt... Ach die hab ich ja auch noch. Aufwertung. Komm bitte 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 bitte. Bitte. Ja. Also. So. Auch mal. Veredeln. Oh man. Schieß. Ernervt. Ein bisschen des. Ernervt. So. Schon wieder Blatt. Ach da gibt's noch was. Nein. Nein. Oh dann gehen wir mal weiter. Ja. Wer's glaubt. Alles sammeln. Gut. Das auch. Nein. Geht nicht. Okay. Das wird fertig. Dann müssen wir nur noch das mit den... ... mit den Brunnen da machen. Da drüben ist auch noch irgendwo einer. Oh. Ähm. Okay. Oh. Es sind wieder solche. Arschiess. Interaktion erfolgt. Ja. Fertig. Dann können wir wieder da rüber. Ähm. Darunter. Ja. So. Und jetzt können wir wieder zurück. Du 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 du. Hoppel hoppel hoppel. Hoppel schweinchen. Hoppel hoppel hoppel. Du schallst jetzt Ding. Da. Dingst. Hallo Brudus. Zatarin. Bin wieder da. Im Namen aller Bewohner von Helmshold bedanke ich mich bei euch. Ich hatte befürchtet, dass dies nach einer langen Reihe von Unglücken nun mein ultimativer Fehlschlag sein würde. Danke, dass er einem alten Mann bei der Erfüllung seiner Pflicht behilflich ward. Bei der Erfüllung deiner Träume vielleicht. Mit diesen Proben des verdorbenen Gifts und meinem Wissen über Heilmittel sollte ich in der Lage sein ein dauerhaftes Heilmittel zu finden. Boah. Mit einem Wissen. Das würde aber nicht wirklich groß sein. Der schlimmste Moment beim Triumph der Ash Medaille war gekommen, als sich ihre Eiferer zu erkennen gaben. Männer, die wir für unsere Nachbarn und Freunde gehalten hatten, offenbarten plötzlich ihre Brandmale, die sie als Verräter und Fanatiker zu erkennen gaben. Wir alle wurden völlig unvorbereitet getroffen. Sie töteten Leute, die ihnen Vertrauen geschenkt hatten, während sie unheilige Gebete zu Abgrund tief bösen Teufeln aufsagten. Diese gebranntmarkten Eiferer wurden bisher für ihre Taten nicht zur Rechenschaft gezogen. Ich möchte, dass dies geschieht. Machst du selber. Die Ash Medaille versuchen an jedem ein Exempel zu statuieren, der versucht zu fliehen. Sie schließen sie in ihre Häuser ein. Ah, fuck! Ich dachte, der labert weiter! Arsch, blöder. Mannu. Naja, jetzt weiß ich's. Hm. Okay. Den ganzen Scheiß noch weg. Was war denn das gerade? Hm. Keine Ahnung. Ich glaub, das war was Rotes. Sonst noch was, was ich nicht brauch? Was brauch ich? Äh. Das nicht. Und das nicht. Und. 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 Ich glaub, ich hab noch vier. Zehn. Zehn. Vierzehn. Vierzehn Stück. Oh je. Die. Dann ein Angebot will ich nicht. Flüchtlinge zur Flucht aus der Narbenallee verhelfen. Gebranntmärkte Fanatiker töten. Gebranntmärkte Fanatiker töten. Wo seid ihr denn? Wo seid ihr denn? Ja, die da. Kann sein. Auf jeden Fall muss ich da entlang also. Okay. Geht's mal wieder in den Ganzen rein. Oder auch nicht. Hä. Ja, tötet mich. Oh. Das ging auch schnell. Da geht's entlang. Uuguguguguuan Uuuugugugu. Ihr freut uns zu sterben. Deshalb lacht ihr. Jetzt hab ich's kapiert. Ach ihr lacht auch. Jo. doch ja irgendwie ein kampf ja so wird es sein je schneller es in den kampf geht desto schneller ist man tot okay 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 was ja da kommen wieder solche fuzzis raus auch wenn du denn hin und hüfte in den tod ich töte euch wo steht denn mein fuzzi ziel erfüllt noch zwei von den archi nach man von den von den aus schießt da muss ich freilassen nach jetzt bin ich falsch gerannt naja macht den große brunnen der stehen auch ein bisschen schief da fliege da da geht ja das ganze wasser wo drinnen ist gleich raus da kommen wir nach schirp doch du arsch du blö gut sind auch welche hallo kommt raus rennen in die freiheit hallo die tüte sie und mit kommt mit kommt mit ich will bisschen action haben ja tötet mich ja ein bisschen halten und jetzt seid ihr alle da nein egal ach ich habe noch abhinkzeit zwei eins und bär naja hättet es sein können hüllen magi auch noch mehr naja was soll schon dabei sind die zu kühlen drüben tja ok dann sammeln wir mal ein bisschen was ein hüllen hüllen Fettisch. Doch, zieht ihr unser Nichtes ab. Ach ja? Seid ihr sicher? Ich bin euer Gott. Ich töte euch, weil ich euer Gott bin. Schwaches Mal der Potenz. Ach, verdammt. Ich muss F drücken, nicht D. So. Wohin, wohin, wohin? Darunter. Sieht's aus, aber ich geh da rüber. Wenn's geht... Nein, nicht runter, nicht runter, ich will da hoch. Ich will da... Ich will da hoch. Geh da hoch. Geht nicht. Schade. Flieg der einfach da runter. Tja, selber schuld. Ging's denn nochmal zurück hier? Ich glaub schon. Na ja, einfach dem Geklitzer da folgen, dann passt das schon. Hoppe Hoppe Reiter. Nein, das heißt Hoppe Hoppe Reiter. Nicht Hoppe Hoppe. Hoppe 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 Hoppe. Hoppe Hoppe Hoppe. Hoppe Hoppe Hoppe. Hoppe Hoppe. Da sind wir hergehoppelt. Zum Satanius. Auch wenn sich immer noch viele gebrandmarte Eiferer auf den Straßen herumtreiben, machen sich eure Anstrengungen doch deutlich bemerkbar. Anstatt unheilige Gebete zu singen, flüstern sie jetzt nur noch angsterfüllt euren Namen und wissen, dass die gerechte Strafe für ihren Verrat auf sie wartet. Boah, so wird's wohl sein. Was für eine Erleichterung. Ach, Mino, beim Annehmen, dann geht's aber beim Abgeben nicht. Ich habe erfahren, dass die Ash-Medaille die kränkesten aus der Unternarbe vertreiben. Einer verfallenen Kanalisation, in der Hoffnungslose ums Überleben kämpfen. Selbst im Moment schlachten sie die Kranken und Hilflosen unter unseren Füßen. Angeführt von einer diabolischen Figur namens Hirte der Verdammt. Tötet dieses Monster und beschützt die Schwächsten von uns vor der Grausamkeit der Ash-Medaille. Wenn ihr damit fertig seid, trefft euch bitte mit einem Waldläufer am Rand der Wälder. Er heißt Dessatrubo und hat Informationen über Kultaktivitäten im Wald. Okay. Wir treffen uns im Wald für ein Picknick. Mit einem Jäger. Ein Jäger-Picknick. Äh, Picknick. Wieviel kostet eigentlich das Ding da? Äh... Verwalten... Veredeln... Erforderliches Reagenz... Was war das hier? Nein... Da vielleicht... Ja, die hab ich. Aber nicht für dich, außer du hast was für mich. Äh, mal der Potenz... 25 Tausend... Hier... 25 Tausend. Ach du Größerkange. Mh 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 mhحم. Naja. Kaufen wir eins. Ich hoffe das es bleibt. Okay... Was könnt ich da reinmachen? Legt einen Schutz auf diesem Platz ab, um die Erfolgshaussicht zu erhöhen? Schützbildung. Wird schon klappen. Ihr könntet diesen Gegenstand zu einem... Ja, ich weiß. Die benötigten Reagenzien gehen sowohl bei Erfolg als auch bei Felschlag verloren. Wie viel habe ich denn... ...kaufen? Ich hatte sogar genug. Okay, Schutz da rein. Aufwertung. Ja, ich will. Wehe des Splegels legt die zur Fels. Gut, hat geklappt. Weiter. huijui juujui Ach, ich gucke beim falschen, ich gucke beim Verteidigungswerte 12.000, ja klar, und wie viel Bock? Pfft! Ach, du große Kali. Wie viel habe ich jetzt eigentlich dafür ausgegeben? 100 sind 500 wert, dann sind es 50 Astraldias, wo ich jetzt verblendet habe. Fünfzigtausend. Kann das sein? Fünfhundert? Fünftausend? Fünfzigtausend? Ja. Na dann? So, Dahu! Ja, tötet mich! Tötet mich alle! Ach, die kommen wirklich hinterher. Tja, ich bin schneller als ich auch, hoffe ich mal. Wird man bald sehen. Hm, ich glaube falsch. Steht da jemand? Ja. Doch, seht ihr unter nichts, das Opfer! Ja, kommt, kommt zu mir. Ja, hol die gleich noch mit, gut so. Und kommt ihr? Ja, tschüss. Hehehe. Ach, das ist ein Dungeon. Die Unternarbe. Willkommen in der Unternarbe. Okay, volles Leben. Wo, wo rent ihr denn hin? Wer schreit denn da? Er wird irgendwie aufgespießt. Von einem harten Schwanz. Hehehe. Na ja! Ich muss mal wissen, was da gerade gelabert hat. Oh, durch CD und zunächst. So wird's mal sein. Ach, äh, das ist gar kein Feind. Wieso rennst du nicht? Jetzt rennen sie weg. Puh! Hallo! 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 Und da unten kommt schon wieder irgend so ein Gold-Arsch. Mit seinem Gold-Angebot. Was mich nicht interessiert. ich dachte die kommen alle hier runde gerannt aber nö nimm so okay das war ja nur so was ich dachte gerade da hängt da ja noch du nicht rennen wollen schreckliches hatten sie mit mir vor ja ja ich habe schrecklich ist mit denen vor aha dass ich denn nicht und geholt habe einigene stiefel naja die kohle da habe ich gleich so viele gekriegt na gut dann hat sich ja glaube ich doch gelohnt erinnert das sind die dinge gut dann hat sich ja gelohnt zehn stück bekommen wenn es schlägt dann geht ein zu ein ding weg glaube ich dann kostet der einsatz und nur 5000 ist auf jeden fall billiger um die jahre auch irgendwas gehen eigentlich nichts rum da ich dachte gerade sind flüchtlinge aber nein die wollen mich natürlich verarschen es ist die akte marie hallo und da geht kaum entlang Heu, Toast 942er, äh, 290er, Crit. Und liegt was? Ups. Haha, und gleich wieder einen bekommen. Jetzt bleibt doch mal stehen vor mir, du Arsch, du blöder. Mann. Was gibt da noch? Ach, hier, Geld. Lass mich! Ich will doch sammeln, ihr Arsch, Gesicht, so ihr blöden. Oh, Pech für euch. Hey, ich werde das leider mal wieder. Ja, komm, verpissi, du Arsch, äh, Goldfick. Fotze, bumse, blöder, du Arsch, du. Wie kann ich der Mann antworten? Ach, mach mir Spam-Melden. Da auch Spam-Melden. Spam-Spam-Spam-Spam-Spam. Spam? Ach so, der wird, äh, wird ignoriert. Wieso schreibt er denn? Ach so, okay. Travok. War das alles? Okay, gut. Soll mir recht sein. Hallo. Oh, ihr, ihr, ihr. Lass meinen Halter rennen, Ruh. Rennen einfach an mir vorbei, die Arsch-Gesichter. Tja. Hey. Ach, schon wieder eine Truhe. Legionen-Tweifel. Ah. Auf in den Kamm. Ab in die Hölle. Habe ich da gerade was gesehen? Ja. Schwere, schwere Pilz. Hallo. Ach, jetzt muss ich wieder die Killen erstmal. Ich habe zwar jetzt weniger Lebensentzug, aber lebt dann länger irgendwie. Also, irgendwie komisch halt. Ja, komm, ach. Arsch. Da ist schon wieder einer. Du. Arsch. Blöder. Lokale Karte. Äh. Das ist nichts. Auch nicht. Da kommt her. Kommt her. Kommt schön her. Da drüben gab es aber auch noch welche. Was ist ein Move first? Was ist das? Da. Ach, jetzt steht der da hinten noch ein Dings da. Okay. Ja, schrei immer schön. Wieso steht denn der da noch? Ich dachte der ist tot. Hm 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 hm. Da hinten noch. Ach, vielleicht sollte ich erstmal da rein. Falls ich da nicht mal hinkomme. Was ist denn das? Ah. Tschüss. Peridot. Mal wieder. Ah, nur ein Haltrunk. Mal wieder. Hallöchen. Wie geht's denn so? Oh. Okay. Oh. Hüllenmagier. Ah. Das Ding vor mir sieht eher aus wie aus der Hölle gekommen. Hey, wieso geht jetzt das B nicht? Stirb, 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 stirb. Ach, jetzt ist er schon weg. Jetzt geht B wieder. Ich mach mal so. Ach, jetzt kann ich nicht mal was aufheben. F. F. Ach, mein U. Ach, da hinten war doch was. Okay. Kann ich hier reiten? Nein. Ich glaub langsam die, die lachen nicht, die heulen. Na gut, die lachen. Auf jeden Fall. Ach, na gut. Aber auch nicht, nur weil sie nicht wissen was auf sie zukommt. Ach. Der Hirte der Verdammten. Wohl eher die Hirten der Verdammten. Nichts anderes mehr im Raum, nur die da. Sieht so aus. Ist da unten was? Nö, nur Geheimgänge. Hallo! Ach, die ruft irgendwelche Arschis her. Ich weiß sie doch, wenn sie meint, dass ihr das was bringt. Haha, dachte schwul. Oh 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 oh, 4, so. Ha ha, er lebt noch. Jetzt auch noch niemals. So-dele, so-dele, so-dele. So-dele, so-dele. Ach! So-dele, so-dele, so-dele. Und das da noch. Ach, schon wieder Ende im Gelände. Amulett des Schmerzes... Ah, ist doch scheiße hier. Nichts da, dann können wir auch raus. Hm? Okay, müssen wir rüber. Hallo? Schwätzer können die out. Ach, ich dachte, mein Feuer-Dings da kommt wieder schneller her, aber nein, kommt nicht her. Noch einer. Er steckt sich einfach hinterm anderen, die Sau. Ach, wieder voll. Hallo? Madame? Irgendwas? Das ist da. Das ist da. Das ist da. Das ist das. Identifizieren. Ähm... Schlecht. Noch schlechter sogar. Auch schlecht. Mann, 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 habe ich schon wieder viel gesehen. Ui... Nö, das kommt weg. Na, wie das ganze erotische Scheißzeug hier. Ist das auch? Okay. Ah, da. Das war's jetzt aber. Ja. So. Strg. I. Das gibt's. Wie, LeBerb. Neue Kräfte. Und zwar... Das da. Und... Da noch mal eins. Was könnten wir jetzt machen? Sag's euch, diese Aschmereine! Minus Prozent erlitternder Schaden auf jeden Fall. Plus Prozent Chance, eure Seelenmarionette bei Angriffen Gegner mit schwächerer Fluch zu belegen. Okay. 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 Schlüssen. Schlüssen. Die Aschmedei müssen für ihre Taten bezahlen. Bruder Satarin sagte, dass ihr in der Lage wäret, selbst das Unmögliche zu vollbringen und er hat sich nicht geirrt. Ich bin Dessa Trubo, Waldläufer von Neverwinter. Ich danke euch für eure Kühnheit und euer Können. Selbst mit derartig gefährlichen Gegnern fertig zu werden. Vielleicht verschafft uns der Tod des Hirten der Verdammten eine kleine Atempause. Sie werden sich erneut sammeln müssen. Und wir könnten dies für eine Offensive gegen sie ausnutzen. Dessa Trubo, der Wahrheitsbogen. Einzelne Höllenmagier oder Rinjen sind mächtige Gegner. Aber noch gefährlicher werden sie in Gruppen, wenn sie die Barriere zwischen unserer Welt und den neuen Höllen schwächen. Diese Unholde auszuschalten ist unsere wichtigste Aufgabe. Sonst können die Aschmedei ohne größere Anstrengungen weitere Monster herbeirufen und die von uns getöteten problemlos ersetzen. Wieso ist das eure Aufgabe, wenn ihr es mir aufbürdet? Ich habe herausgefunden, dass die Aschmedei auf der Suche nach den Schilden von Helm in die Helmitengrüfte eingebrochen sind. Auch wenn Helm schon lange tot ist, sind die von ihm gesegneten Waffen und Rüstungen immer noch sehr mächtig. Die Aschmedei können die Schilde mit ihren Ritualen entweihen und zu mächtigen Artefakten des Bösen verwandeln. Die Schilde müssen geborgen werden, bevor es so weit kommen kann. Die Grüfte werden von Steintürmen in den Wäldern nördlich und östlich von Helm's Hold gekennzeichnet. Ihr solltet eure Suche am besten dort begeben. Okay. Oh je. Ein bisschen Rodeo. Hallo. Tja, ihr müsst mal nach hinten gucken und nicht nach vorne. Und tot. Geflischt doch doch irgendjemand. Hm? Ich habe keine Ahnung, was sie denn hier vor Labern will. Kann ich auch. Da steht nun keiner. He. Zierstahl. Kunstwerk. Sieht eigentlich mit Beruf aus. Noch 5 Stunden. Habe ich jetzt eigentlich einen Cut gemacht gerade? Ich glaube nicht. Ich glaube, dann mache ich jetzt kurz einen Cut. Also, dann Freunde, dann war es das wieder für heute. Und wir sehen uns oder hören uns dann. Dahin läuft auch so ein Arsch rum, wo ich gleich jetzt noch brauche. Ja. Also, dann hören wir uns hin und keine Ahnung was uns übermorgen wieder. Tschüss.